Hallo, Hallöchen und schönen guten Morgen. Ich bin immer noch unterwegs. Und nein, ich bin noch nicht in Afrika, aber wir sind über Mittelmeer. Aber ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht die ganze Strecke geflogen, weil wir können ja hier oben, das letzte Mal natürlich gesehen, können wir sagen, wir machen den Start quasi, steigen. Und ich habe jetzt eigentlich den Sinkflug eingeleitet. Ich bin eigentlich irgendwo, ja, ich weiß nicht, ob ich hier auch irgendwo mitten, äh, mitten drin könnte ich wahrscheinlich auch irgendwie rein. Müssten wir eigentlich machen. Stürzen wir wahrscheinlich direkt ab. Jawohl. So, warten wir kurz und, äh, sollten wir auf jeden Fall weniger Flugmeilen noch vor uns haben. Und, ja, landen ist schwierig. Aha. So, jetzt muss ich natürlich sagen, ja, ich bin bereit, übernehmen. Uh, warte. Oh, das wurde ich eigentlich gar nicht. Das ist natürlich ein bisschen ein bisschen schwierig jetzt. Ich muss Gas wegnehmen. Dann sollen wir wirklich da landen. Okay. Da bin ich mir nicht sicher. Das gibt's eine Katastrophe. Vielleicht sollten wir vorher noch speichern. So, jetzt kommen wir auf jeden Fall dem Wasser schon ein bisschen näher. Ich glaub, mein Treibstoff ist alle. Ich glaub, wir schaffen's nicht. Wir haben keinen Treibstoff mehr. Das sagt 0%. Okay. Ich dachte, der geht gar nicht alle. Kommt. Wir fliegen bloß noch mit heißer Luft. Wir kommen langsam runter. Alles klar da hinten. Vielleicht schaffen wir's bis zum Land und du musst nicht schwimmen. So, ich glaub, wir sind zu tief. Zu langsam. Oh, warte. Okay. Jetzt kommt das Spannendste vom ganzen Landung. So, wir fliegen nur noch auf Reserve. Oh mein Gott. Muss ich da die Landelichter anmachen? Warte mal, hab ich das nicht irgendwo gelesen? Blitzleuchte einschalten. Äh. Landelichter einschalten. Okay, hab ich. Okay. Man kann's aber nicht sehen, oder? Ich glaub, ich hab's jetzt ausgeschaltet. Uiuiui, das wird ne harte Landung. Ich hab' das Gefühl, der Motor... ...geht aus. So, wir hatten unbedingt... Oh, da sieht man schon die Blitzleuchten hier auf der Landebahn. Wir gehen hart runter. Oh, warte. Oh, warte. Irgendwie hab' ich ein bisschen Schiss, das zu versauen. Aber das passiert sowieso. So, wir sehen die Landebahn. Oh, ich schliege noch die... Ich schliege hier noch die Beleuchtung ab, wenn ich noch weiter runtergehe. Ich schliege noch die Beleuchtung ab. Oh, warte. So, jetzt nehmen wir komplett Gas weg. Jetzt stützen wir ab. Ich habe Komplettgas weggenommen So, komm schon, lande Ich habe gelandet, ich glaube das erste mal ohne abzustürzen Ich brauche Bier, ganz viel Das ist immer cool, wir haben das Ding gelandet Über die Alpen und auf der anderen Seite gelandet Da startet gerade einer So, jetzt müssen wir noch ein bisschen Gas geben Wir müssen da vorne hin Damit wir da irgendwie auftanken können Soll ich da übern Rasen oder was, gibt es hier keine Abbiegerspur So, Bruchpilot Mike, äh Buschpilot Mike ist gelandet Ich brauche Treibstoff Der Propeller dreht sich nur noch vom Wind hier Aha, hier vorne ist eine blaue Markierung Ah, ich habe vielleicht ein paar Ich fülle malen 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 Das ist ja mal cool gemacht, da kannst du hier wirklich einfach landen Ich fülle malen Ich fülle malen Ich fülle malen So, ich bin noch nie auf dem Flughafen gefahren Wo muss ich denn hier lang? Immer noch den Linien danach nehme ich an Okay, ich muss noch irgendwie das Flugzeugfunk umstellen Aber ich weiß nicht wie So, meine Bremsen gehen aber nicht Irgendwie ist die Taste für die Bremse nicht belegt So, Hebel, Gashebel habe ich komplett weg Äh, Heizung könnt ihr eigentlich auch ausmachen So, jetzt bremsen Geht Ja doch Äh, ich muss noch drei Meter Warte mal Ich lenke immer noch mit den komischen Klappen da Oh, da startet gerade einer So, ich würde sagen, hier halt mal So, wo kann ich denn hier einstellen Das Funk auf Boden Was ist das? Wo ist denn hier Funkgerät? Ich hab doch gar keinen Hier machen wir erstmal die Heizung aus Dann machen wir hier Auch aus So, auf jeden Fall bin ich gelandet Jetzt müsste ich nur noch rausfinden Und wie kann ich eigentlich tanken hier Aha, hier hab ich Funk aus Oh Äh Das glaube ich nicht richtig Ich mein Ich hab immer noch keinen Sprit Warte mal, ich muss wieder ausmachen Nein Mach aus jetzt hier So Puh Ist klar Boah, irgendwie ist hier komplette Hitze drin Kann ich aussteigen? Das wäre natürlich Äh, genau Äh, genau Ne, da wurde ich nicht Wieso fährt denn der durch mich durch? Kriege ich jetzt Treibstoff? Super, wenn ich noch ein Stück vorgefahren wäre Hätte ich wahrscheinlich Hätte ich wahrscheinlich Habe ich vorhin die Flugsicherung geholt Treibstoff Da ist Treibstoff Können wir die Treibstofftanks Haupttank Voll machen Und das Ding auch voll machen bitte Das wäre natürlich Ganz cool Nutzlast So Okay, jetzt brauche ich aber eine Starterlaubnis Und das Ding hier soll immer wegfallen Der kann doch sich nicht hier vor mir hinstellen Also, aber was war jetzt? Haben wir ja eigentlich unser Erstes Ziel erreicht Aber jetzt müsste ich ja da eigentlich das noch weiter planen können Reisen nach Reisen nach Reisen nach So, das sollte dann noch gar nicht mein Endziel sein Muss ich doch hier irgendwo eingeben können, wo ich noch hin will Wetter, Wetter passt bestimmt Okay, da hat auf jeden Fall mein Flugzeug glaube ich gecheckt und hier kontrolliert und so weiter Und wir würden ja gerne weiter fliegen wollen Aber ich glaube ich muss Aber ich glaube ich muss So, wir sind eigentlich da, okay Aber wir wollen ja woanders hin noch Okay, das hat ja schon funktioniert, das ist ja ganz cool, aber Da ist ja genau No, wir können ja noch gar nicht mehr Gein schreiber Und das war ja noch gar nicht da, ja Da ist ja noch gar nicht los. No, ich weiß nicht, da wäre ja nicht los. so her mein ziel ist eigentlich weiter zu fliegen so ich glaube ich muss erst mal hierbleiben da startet auch gerade einer okay ich muss gerade mal gucken so allgemein da nicht optione also ich muss ich muss kurz gucken ich muss hier mit die behörden sprechen und schauen damit ich da eine startgenehmigung wieder bekommen also ich würde heute gibt es eine kürzere folge war aber glaube ich am spannendsten ist die landung also ich sage erst mal danke fürs zuschauen und wir müssen wir müssen nach afrika wir müssen über das mittelmeer also bis morgen macht's gut